Kann ich mit Asthma Yoga machen? Hallo und herzlich willkommen zu einem Vortrag aus der Reihe Fragen zum Yoga. Mein Name ist Sukadeh von www.yoga-vidya.de und die Frage, die mir heute gestellt wurde, ist Kann ich mit Asthma Yoga machen? Die Antwort ist klar, ja. Nicht nur kannst du mit Asthma Yoga machen, sondern sogar gut mit Asthma Yoga zu machen. Es gibt nämlich einige schöne Studien, die zeigen, dass wer Asthma hat und Yoga übt, sein Asthma zurückdrängt oder man könnte auch sagen, die Menge an Asthma reduziert. Ich kenne eine ganze Menge Menschen, die vor der Übung von Yoga regelmäßig Asthma-Anfälle hatten, die deshalb auch Sprays benutzen mussten und zum Teil sogar regelmäßig Tabletten nehmen mussten und die durch regelmäßige Yoga-Übungen symptomfrei geworden sind und alle Asthma-Medikamente schrittweise, natürlich in Absprache mit dem behandelnden Arzt, absetzen konnten. Yoga macht eine ganze Menge gegen Asthma. Zum einen ist Yoga tiefe Bauchatmung und durch die tiefe Bauchatmung beruhigt sich eben auch das Atmungssystem. Yoga hilft auch, dass der Körper mehr zur Ruhe kommt. Yoga hilft gegen die verschiedensten allergischen Probleme und Yoga hilft auch gegen die verschiedenen Autoimmunerkrankungen. Und insbesondere hilft Yoga auch gegen Entzündungen. Kommt der Körper mehr zur Ruhe und kann er mehr entspannen, dann hilft das auch gegen das Asthma. Es gibt sogar eine spezielle Form im Yoga, eine besondere Übungsgruppe im Yoga, das sind die Atemübungen. Und es gibt einige schöne empirische Studien, die wurden in Indien, in Amerika und auch in Deutschland wiederholt, Das ist ein Programm bestehend aus drei Runden Kapalabhati, 15 Minuten Wechselatmung, 5 Minuten Brahmari, täglich oder fast täglich ausgeführt, dazu führt, dass die Mehrheit der Probanden-Symptom frei wird. Also, wenn du die Frage stellst, kann ich mit Asthma-Yoga machen? Antwort ist ja. Es könnte allerdings sein, dass du dein Asthma verlierst. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis, das ist natürlich jetzt keine medizinische Sendung und ich bin jetzt auch kein Arzt und selbst wenn ich Arzt wäre, gilt immer, im Einzelfall ist das zu klären und deshalb brauchst du den Tipp deines Arztes oder Heilpraktikers. Ich würde jetzt schon mal, im Nachhinein, versohme, über die Schrift und der Schrift und der Schrift Und das hat er nicht so einfach mehr, dass es sich selbst wie möglich ist. Und das ist ja war es noch nicht so viel, dass wir das jetzt tun. Wir tun da fürs Schrift und die Schrift sind nicht so viel zu gewissen. Und das ist ja das ist ja auch nichts. Vielen Dank.